Polly Only Polly transforms your day into a world of adventure Polly Only Polly Best day ever Polly Only Polly World of adventure Best day ever, just a pony Das glaubt ihr mir nie! Lady Synchrony! Sie hat einen Live-Auftritt heute! Und wo soll das Konzert sein? Das könnte irgendwo auf der Welt sein Es wäre sogar möglich, dass sie im Garten hinterm Haus auftritt In ihrem letzten Block trug sie einen Hut, der aussah wie der Eiffelturm Das war ein Hinweis! Wir müssen ganz schnell nach Paris! Chrissy! Lila! Hast du ihr Interview neulich gesehen? Da standen viele Palmen im Hintergrund Das war eindeutig Hawaii? Worauf warten wir noch? Ich glaube ihr... Polly, tut mir leid, aber du weißt einfach nicht so viel über Lady Synchrony wie wir Ich glaube sie hat so etwas gesungen wie Sushi, Sushi, Sushi Echte Superfans fliegen nach Japan Hey, warte doch! Polly? Was? Ich kann dich nicht hören! Ich melde mich später vom Konzert! Hey, Polly! Polly! Angeblich weiß sie, wo das Konzert wirklich stattfindet Gehst du das für möglich? Polly, wir werden dir ein Video vom Konzert schicken Und zwar aus Tokio! Aloha, Polly! Keine Zeit zum Chatten! Ach ja, Aloha heißt auch bis bald! Also, Aloha! Hallo? Hallo? Aufgelegt! Ich bin total enttäuscht! Kein Konzert! Hier läuft nichts! Hier gibt's nur etwas glühende Holzkohle und... Hey! Auf mich wolltet ihr nicht hören! Dann hört wenigstens das hier! Lady Synchrony! Lady Synchrony ist fantastisch! Sushi, Sushi, Sushi! Ja!